Heute könnt ihr einfach von mir die goldene Stumblegeist-Banane gewinnen. Wichtig zu erwähnen, kommt auf mein Discord. Ich werde da einen benutzerdefinierten Raum machen mit dem Code. Ihr kommt rein und der Gewinner bekommt eine goldene Banane. Fünf Gewinner pro Tag kann ich aussuchen. Der Skin wird euch am 3. Januar vergeben. Ändert bitte euren Nicknamen nicht. Wir gehen rein. Wir haben drei Runden gespielt. Ihr werdet sehen, ob wir Pros drin hatten oder nicht. Let's go. Okay, Leute. Ihr könnt nämlich vom 25. Dezember bis zum 3. Januar die goldene Banane in Stumblegeist gewinnen. Und deswegen werden wir heute ein paar Custom-Partys machen. Und der Gewinner bekommt von mir die goldene Banane. Ich schreibe mal euren Namen auf und dann bekommt ihr diese Banane. Und ich kann jeden Tag bis zu fünf Gewinner aussuchen. Also wir gehen jetzt gleich mal rein. Ich werde das in den nächsten Tagen nochmal machen. Und dann gucken wir mal, wie gut ihr seid gegen mich in Stumblegeist. Und so kriegt ihr einfach die goldene Banane. So, für die erste Runde würde ich sagen, dass wir nur Race-Maps nehmen, Leute. Für die zweite Runde machen wir mal Team-Maps, damit es ein bisschen spannender wird. Und in der dritten Runde machen wir auf jeden Fall mal Elimination-Maps, wie zum Beispiel Laser-Tracer, Block-Dash oder Bot-Bash. Und ich würde sagen, ich haue jetzt mal den Code in den Discord von mir rein. Kommt auf den Discord, ich werde das jetzt die nächsten Tage machen. Und damit ihr die goldene Banane gewinnen könnt, pro Tag könnt ihr fünf Stück gewinnen. Okay, ich habe das Ganze jetzt auf den Discord gepostet. Und jetzt müssten auch schon die ersten Leute reinkommen. Hoffentlich sind richtig krasse Spieler dabei. Okay, Leute. Ich habe jetzt die ersten 14 Leute genommen. Weil es hat nur nicht jeder gesehen. Und ich will jetzt nicht die ganze Zeit warten, bis jetzt die Lobby voll ist. Ich habe das Ganze auf dem Discord gepostet. Und jetzt mal gucken. Die ersten 14 Spieler haben eine bessere Chance, jetzt zu gewinnen. Weil es natürlich weniger Spieler sind, ne? Okay, die erste Map ist Painsplash. Let's go, Freunde. Wir haben natürlich noch ein paar Bots dabei, um die Lobby jetzt aufzufüllen. Die werden ja wahrscheinlich dann eh rausfliegen. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht haben wir in der ersten Runde gleich den Gewinner. Der dann... Ey! Ich habe keine Emotes dabei. Nein. Stimmt. Man darf ja auch mit Emotes und alles. Da müssen wir... Junge! Da müssen wir natürlich aufpassen. Das habe ich natürlich ganz vergessen. Oh mein Gott. Okay. Ich sehe es jetzt schon. Komm, das sind richtige Suchtis, Leute. Ich bin so gespannt, wer die erste goldene Banane gewinnt. Oh mein Gott, Digga. Ich habe einfach keine Emotes mitgenommen. Egal. Passiert, Freunde. Passiert. Ich habe auch nicht gesagt, dass man keine Emotes einsetzen darf. Man darf alles einsetzen. Es ist so. Damit ihr da das Ganze Bescheid wisst. Okay. Erste Runde. Ganz entspannt. Und wir sind schon mal durch. Oh! Rocket Rumble. Es geht los, Freunde. Oh mein Gott. Jetzt müssen die Leute Glück haben. Ich natürlich auch. Jetzt gucken wir mal, wer hier gewinnen wird. Okay. Es wird ein ganz enger Kampf. Jetzt steht es 8 zu 3 für Team Blau, Leute. Gerade eben waren wir die ganze Zeit hinten. GG, Leute. Team Blau hat gewonnen. Haha. Wir sind im Finale. Wir sind im Finale. Oh, 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 oh. Einer von diesen Spielern kann jetzt die Banane gewinnen, wenn ich verlieren sollte. Leute, ich habe keine Emotes mitgenommen. Das ist ein bisschen doof für mich. Aber kleiner Vorurteil für die, die wohl halt schneller waren. Jetzt in der ersten Runde Blockdash. Genau da, wo ich nicht gut bin. Da bin ich nicht gut. Ihr wisst, Leute. Ihr wisst doch. Da bin ich nicht gut. Jetzt schauen wir mal. Oh mein Gott, ey. Blockdash. Genau da, wo ich nicht gut bin. Aber wir probieren es. Hier ist eigentlich ganz gut, Leute. Weil ich finde, die Emotes bringen hier gar nicht so viel. Außer... Oh, ey. Digga, hau ab, Mann. Santa Claus. Ey. Die haben es alle auf mich abgesehen. Das ist halt normal. Ich habe extra die Namen jetzt ausgeschaltet. Junge! Spinnst du? Hör mir auf. Ihr werdet aber am Ende sehen, natürlich, wer dann gewonnen hat. Der Name wird ja dann eingeblendet. Ui, 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 ui. Oh, das sind alles richtige Schwitzer, ne? Das sind alles solche Schwitzer, weil die alle gut sind. Ich habe so Schiss. Okay, zwei sind rausgeflogen. Ich muss aufpassen. Weil die gerne in der Luft auch boxen. So, zack. Okay, okay. Wir sind durch. Die erste Runde ist schon so schweezy. Aber die sollen sich bloß gegenseitig runterhauen. Gut für mich. Drei Stück sind weg. Oh, zum Glück. Äh, nein. Nein, die erste Runde. Wie gemein war das denn? Okay. Wie viel ist denn noch drin? Die zwei, oder was? Okay. Roter Drache gegen den Superguy. Wer wird gewinnen, Leute? Wer kriegt den ersten goldenen Bananaskin die nächsten Tage von mir? Stumbleguys wird ihn euch dann in euren Spint reinhauen. Wer hat das? Der Superguy. Superguy hat die erste Runde gewonnen. Und der Name ist Comic Meme. GG, Digga. Du hast den ersten Skin hier gewonnen. So, wer wird die nächste goldene Banane gewinnen? Es geht los, Freunde. Die nächsten Abonnenten sind in der Runde dabei. Und wie schon gesagt, kommt einfach gerne auf meinen Discord. Da werde ich das Ganze ankündigen. Ich werde das die nächsten Tage nochmal machen. Und so könnt ihr die goldene Banane in Stumbleguys gewinnen. Das bekommt ihr jetzt nur von den Creatoren, wenn ihr halt Custom Games gewinnt. Oder wir halt die Codes verschenken. So, let's go. Und schau mal ganz gut. Das mit Blockdash. Vergessen wir mal. Das vergessen wir mal. Die zweite Runde ist Stumblesoccer. Wir sehen uns gleich mal am Ende. Um zu gucken, wer gewinnt. Ich bin Team Blau gegen Team Gelb. Oh, da wäre fast das 1 zu 0. Da ist das 1 zu 0 für Team Blau. Junge, Junge, ich habe echt gute Teammates. Oh, 3 zu 0. Da haben wir den Flugkopfball von Percy reingehauen. Okay, das Spiel ist vorbei. Wir haben gewonnen. Das ist halt auch Glückssache, wer halt die besten Spieler in der Runde bekommt. Aber jetzt ist das Finale wieder dran. Mal gucken. Oh, Lasertracer. Da wisst ihr ja, bin ich eigentlich ganz gut. Okay, Leute, jetzt gucken wir mal. Bei Lasertracer könnten wir eigentlich gewinnen, wenn hier jetzt die Laser uns nicht erwischen. Schauen wir gleich mal. Aber hier werden die auf jeden Fall uns mit Emotes unboxen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich mache safe. Ich mache safe. Das ist eigentlich mein Game. Ihr kennt es. Lasertracer ist mein Lieblingsgame. Das müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Erst einer ist draußen. Zwei sind jetzt draußen. Und die haben bis jetzt noch keine Emotes gemacht. Eigentlich Ehrenmänner. Drei. Okay. Okay, das könnte gut sein. Das könnte tatsächlich ganz gut sein. Vier Stück sind jetzt draußen. Vier sind weg. Okay, 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 okay. Vier Stück sind weg, Leute. Seid wir bloß keinen Fehler machen. Komm schon. Ich kann hier nicht jede Runde verlieren. Aber es sind Ehrenmänner. Die machen keine Emotes. Erstmal dickes Like dafür. Ich mit dem Influencer-Skin hier mit meinem Headset. Oh, okay. Jetzt kommt es drauf an, wer Lasertracer-König ist. Ja, sieht auch schon mal ganz gut aus. Nur noch einer. Ich und der Stumble-Guy. So, Leute. Mal gucken. Der Typ hat es auf jeden Fall auch drauf. Der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht. Er hat das Spiel schon mal gut gespielt. Auf jeden Fall. Und die zweite Runde geht an den lieben Seven, Leute. Dann machen wir heute noch eine letzte Runde. Diesmal hat keiner die goldene Banane gewonnen. Wir gehen rein in die dritte und letzte Runde. Okay, Freunde. Die dritte und letzte Runde für heute. Wir haben noch andere Tage, wo ihr die goldene Banane gewinnen könnt. Erste Runde ist direkt die Hot Wheels Hustle Map, Freunde. Und mal gucken, was hier abgeht. So, zack. Oh mein Gott. Ich habe direkt mal reingechokt. So, in der zweiten Runde habe ja ich gewonnen. In der ersten Runde hat ein Abonnent gewonnen. Wichtig. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Ihr dürft euren Nickname nicht ändern, wenn ihr gewonnen habt, Leute. Bis zum 3. Januar. Denn am 3. Januar bekommt ihr dann den Skin, wenn ihr gewonnen habt. Uh, jetzt erstmal eine geile Runde heizen. Oh, nice. Ey, ich hatte, glaube ich, noch nie Hot Wheels Hustle in der ersten Runde. Voll komisch. Immer im Finale hatte ich das bis jetzt. Okay, sehr schön. Ja, das sieht gut aus, Leute. Oha. Bro, wir berunden die ja einfach. Ich sage euch, wie es ist. Wir berunden jetzt die Leute. Ich habe auch ein richtig geiles Hot Wheels Auto hier aber auch. Wow, was ist der Sprung? Digi. Okay. Easy peasy, die erste Runde. Ganz geschmeidig. Alles klar. Zweite Runde jetzt hier. Hier müssen wir uns auf jeden Fall sputen. Oha, ich will auch die. Nein, ich bin gesprungen, ich dumm Batz. Ich hätte da nicht springen dürfen. Jetzt gleich müssen wir aufpassen, bis die halt jetzt oben hingehen. Ja, eigentlich ist Lost. Oha, ein paar haben es geschafft. Jetzt sind wir auch oben. Okay, okay. Jetzt sind wir auch oben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier auch auf jeden Fall weiterkommen. Die besten acht kommen mit zweit. Das ist die dritte und letzte Runde. Digga. Hau mal ab, Junge, du Ninja-Gesicht. Komm schon. Ja. Zack. Okay. Leute, wir sind uns gleich im Finale. Mal gucken, ob jemand die goldene Banane gleich wieder gewinnt. Ich hoffe natürlich nicht, ne? Weil ich will ja selber hier gewinnen. Ich gönne euch natürlich. Aber kein Bock, dass jemand gegen mich hier gewinnt. Okay, jetzt gehen wir mal rechts hoch. Okay, ich glaube, wir kommen locker weiter. Komm, geht hoch, geht hoch. Komm. Nice. Beide sind oben. So. Und. Zack. Finale, Leute. Finale. Okay, Leute. Schon wieder Hot Wheels Hustle im Finale, Digga. Noch nie erlebt sowas. Zweimal Hot Wheels Hustle. Okay, komm schon. Let's go. Und. Nice. Oha, die Taktik, die eigentlich der Typ hat, ist gar nicht so schlecht, Leute, ne? Der Ninja, das ist auch ein guter Trick. Tatsächlich. Komm schon, lass mich hoch. Oha, Leute, das wird eng. Das wird richtig eng. Oha, Digga. Ich weiß nicht, ob wir das noch gewinnen. Komm schon, komm schon, komm schon. Das wird jetzt richtig spannend. Der Ball hat mich erwischt, dieser blöde Flumi. Nice, der Boost war wichtig. Oha, komm schon, wir können den einholen. Wir können den vielleicht einholen, wenn der einen Fehler macht. Nein. Ah, der hat einen Unfall gemacht. Komm, 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 komm. Komm. Oh nein, Digga. Er hat gewonnen. GG. Wie knapp war das denn? Okay, Leute. Zwei Gewinner der goldenen Banane haben wir in dem Video. Und es ist der PH. Ja, den Namen tun wir jetzt nicht aussprechen. Aber der ist auf jeden Fall der nächste Gewinner. Das Ganze wird natürlich notiert im Discord, damit wir das Ganze nicht vergessen. Vielen Dank fürs Reinschalten, Leute. Das war auf jeden Fall die goldene Banane in dem Video. Ich werde noch in den nächsten Tagen so ein Video machen. Wenn ihr mitmachen wollt, schaut auf dem Discord vorbei, den Ankündigungen. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann. Bis dann.